ja und was kommt zu einem neuen video hier auf meinem kanal heute wieder zusammen mit kari was geht bruder ich gehe heute wieder bett was wieder auf dem blog sind sie server beziehungsweise eigentlich wurde diese folge genau hinter der anderen aufgenommen hinter der 20 das ist wahrscheinlich serveradress ist wahrscheinlich in der bio na ja auf jeden fall blogs und sie bekommen ich glaube wir werden bestimmt noch nur auch noch eine double folge ja auf jeden fall da will jetzt werden wir auch noch machen auf jeden fall wusste nicht ich baue jetzt einfach direkt provisorisch einfach direkt mit rolle ein ich mache glaube ich wieder das gelbe gameplay wie gerade eben du bist rot ich bin grün wo ist rot rot du bist neben blau okay blau will sich direkt sind die das wahrscheinlich kommt der mich danach aber du bist du gefallt praktisch gesehen gegenüber von mir ja also das heißt naja gegenüber so bisschen weiter weg aber ich glaube ich mache diesmal so ich glaube ich mache das diesmal sogar so dass ich zwar also erst wolle holz end stone und holz ich glaube das ist ein bisschen mehr abfockt dann das geld kommt mich nicht von hinten pushen das ist ja das problem ist bei mir kommen die immer schnell pushen das ist das problem bei mir aber du halt erweitert nah dran los raus ich glaube das connect oder so macht direkt einfach hier end stone ohne viel gelaber und dann dann mache ich darüber eine holz schicht und dann mache ich ich mache wolle holz end stone holz so richtig ekelhaft also ich mache wolle end stone holz end stone mache ich ja kann man machen ich habe mich jetzt gerade verbaut heißt ich brauche eine spitzhacke ich hole mir am besten auch mal eben schnell schon ein eisenschmerz aufpassen dass geld mich nicht ja geld kommt direkt pushen ich wusste es dass er mich pushen kommt ja gelb ich bin kommt mich jetzt gerade pushen okay ich dachte gerade der hat bis connect bei er schon kommt einfach auf der stelle ich bin gut aber pink will mich pushen habe ich gerade gesehen weiß ich brauche weiß ich kann jetzt mein bett nicht mehr weiter einbauen gelb wenn du mich pushen gelb will mich her pushen kann aber ich brauche nur ein eisen damit ich nur rüstung kriegt leisen kann man sich noch mal rüstung holen 12 kannst du den eisen rüstung holen jetzt bin ich gewachsen für den krieg kommen ja geld kommt da hatte gold apfel sie ist gerade zum gold apfel was runtergefallen muss ja oh mein gott digga der steht mit meister mir nein er hat mich da baut sich nach oben okay er ist dumm ist auf jeden fall nicht hat sich jetzt ja der ist hier oben ja der hatten ist das die erschwert was der da hat nicht hier schwer kann das gar nicht sein nein schade er hat mich die ich auf jeden fall schon an der stelle die ich komme kurz zu dir da bist du da alles kapitulieren ab geld kommt geld kommt kommt gerade nicht der ist nicht mal in seiner base aber doch der kommt der kommt der kommt echt ja steht auch wieder bei sich da auf dieser gebauten weg da jetzt blau ist ja raus oder sehr gut blau ist raus komplett zwei jahren auch so wie es aussieht perfekt weiß nicht was ich mich hier holen kann ich mir eine rüstung holen weil ich habe 42 können wir auch hier im feuerball holen rüstung also eisen rüstung groß 12 gold für ich mich eine feuerball geld wieder doch ja jetzt kommt da wieder mach keine faxen er ist weg du bist weg das macht so spaß ihn einfach weg zu bomben schau mal so ein bisschen noch durch welche noch so am leben muss er passt mal besser auf das geld nicht kommt aber weiß liegt auch noch weiß auch gerade bei mir und geld und geld kommt jetzt wieder rüber okay weiß es gerade bei mir geht jetzt wahrscheinlich zu blau niger was ist denn falsch mit dem die aufwärter mich denn noch pushen ja weiß ist in den tod gefallen chillig ich glaube weiß hat gerade den diesigen seines lebens und geld wieder kann sein das weiß gleich oh mein gott digga weiß ist so dumm der er könnte sich zu teilen er könnte zu teilen laufen zu den dies bei gelb gehen dann zu gelb sein bett abbauen dann zu dir dich rutschen das wird sogar eigentlich clever wenn das ist ja was ist denn mit dem die aufwärter noch was macht weiß was kann er was was kann er machen weiß könnte zu scharjan rüber von dort aus zu den dias die da sind dann zu gelb sein bett hops nehmen und dann zu dir dich hops nehmen weil das ist sein einzigster weg oder er baut sich halt einmal kommt der drumherum zu dir aber im moment schild an der base sein bett ist auch nicht wirklich so krass eingebaut doch wobei explosions schutz jedoch okay ja doch er ist auf jeden fall clever explosions schutz drin so kann er wachsen aufpassen wenn du das nicht niemand prüsten kommt weil ich gerade paar sachen mache ich komme ein bisschen kümmern das wird hier noch in der base ich stehe dort hinter ich glaube der baut ja der baut sein bett jetzt mit ton ein oder keramik ist es glaube ich also verstärkt sein bett jetzt auf jeden fall hast du eine spitzhacke das hat auf jeden fall eine spitzhacke gebrochen dafür um das abzubauen abgesehen dass du kommst die sekt ok hallo vergessen dass dem kass ist bitte raus piepen irgendwie das heißt danke für das gelbe video an dieser stelle so geht es mal nicht mit absicht also nimmt sich das spiel an mich gut einfach bitte rauskappen danke ja ich gucke einfach dass ich irgendwie von dem teil einfach kurz die audio trennen oder so stimmt so kann ich also könnte ich meine beleidigung rausschneiden ich cut den teil da einfach weg ja dann machst du da was anderes rein nein und dann mach ich da einfach dann nehme ich da einfach die audio von weg weil so nehme ich doch auch die audios von meinem intro weg so geht das doch auch dass ich einfach den gekatteten teil an der einstelle nochmal fertig mache oder nochmal cutte und dann da wo du jetzt zum beispiel gesagt dass ich seine wobei oma ist ja kein verbotenes wort auf youtube ist ja keine beleidigung oder halt wo du halt gesagt dass ich seine oma und ich das dann einfach nehme das da die stelle raus suche und das dann cutte und da einfach den ton wegnehmen von ja kommst du machen so mache ich das kommt der mich pushen nein geld chill grad hinten bei sich jetzt kommt er wieder rüber komm mal wieder die man dort seine namen wo ist der der ist hier bei dir in der base warum war ich mit eis machen dicker okay ja er hat dein bett ich weiß nicht egal oh jetzt kommt der auch noch er geht jetzt er geht er geht ah ne es hinter dir bei mir sah es gerade so aus als wäre er weggegangen was komm her komm her das ist übrigens die letzte folge für diese runde äh die letzte folge ne die letzte runde für diese folge so wir sind immer noch bei der ersten folge und ich bin jetzt schon bei 10 minuten und wieder was damit gehen was war es war es war es wie das wird ausgeschnitten aus dem video hast du ihn down ja hab ihn schuldig das ist halt low ne da könnte ich halt jederzeit einfach wieder pushen kommen ich mache ja so lange ein bisschen jump it run perfekt direkt verkackt selbst als geist sterbe ich ja verstehe ich was für leute die alles ja was für einen rückstoß haben die da alle ich gehe mal kurz ab und dann würde ich sagen nehmen wir noch zwei duo folgen auch ja auf jeden fall und dann können wir vielleicht noch block party aufnehmen hätte ich auch noch mal drauf block party können wir auch noch mal leute ich würde sagen das war es dann mit diesem video hier wenn es euch gefallen hat dann lasst gerne ein like und abo da schaut bei karim vorbei ja von daher würde ich sagen haut rein bis zum nächsten mal bis dann tschüssi tschüss tschüssi 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 tschüssi